Ja, hallo Unglück auf zum Nachgehakt nach dem Spiel gegen Hertha BSC Berlin. 5 zu 2 gewonnen. Lass uns noch mal ein bisschen deine Emotionen teilhaben nach dem Sieg. Was ist da mit dir passiert? Du weißt ja, wir haben alle hier gestanden und haben eigentlich mal wieder richtig schön Bierchen getrunken. Und es war auch richtig lecker gewesen, weil ich habe ja von vornherein gesagt, gegen Berlin musst du kämpfen und Gas geben. Und das haben die Jungs hier gemacht. Die Mannschaftsaufstellung war ein bisschen komisch gewesen. Da habe ich gedacht, ach du Scheiß, was ist denn jetzt los? Aber dass der Rolle spielt, war schon mal super gewesen. Und man hat also gesehen, dass die Mannschaft wollte. Man hat gesehen, da ist irgendwie Kampf drin. Und vielleicht war es ja auch so gewesen, weil wir das vorher immer gesagt haben, ohne Kampf geht nicht. Und die Berliner haben gesagt, wir müssen hier kämpfen, aber Berlin war schwach. Berlin war richtig schwach. Ja gut, 5 zu 2 gewonnen, wichtige Punkte. Aber dann auch ein teurer Sieg, weil drei Verletzte, die auch wahrscheinlich gar nicht mehr wiederkommen diese Saison. Wie fängt man die auf? Tja, indem man einfach jetzt die anderen stark macht und stark redet und denen einfach die Chance gibt zu sagen, Jungs, komm, jetzt seid ihr hier, jetzt müsst ihr zeigen und unserem Vereinten helfen. Ganz einfach. Ja, ein paar konnten sich ja auch schon zeigen. Ja, wie ein Marcin Kaminski, da hat es ja wirklich ordentlich gemacht. Kaminski hat sehr gut gespielt, dass er Kaminski da so einen Freistoß reinhaut. Als Verteidiger, sage ich mal, als er da angelaufen ist, habe ich gedacht, naja, wo geht der wohl hin? Aber als er dann da reingeflogen ist, habe ich gedacht, Hut ab. Also das war auch ein sehr guter Schuss. Im Nachhinein habe ich dann auch wieder mal gehört, dass der solche Dinger machen sollte, auch im Training. Also, warum soll er das nicht auch in Freiburg machen? Tatsächlich ist er eigentlich schon sogar für bekannt, ne? Also, dass der Torhüter das nicht auf dem Schirm hat oder die Mauer. Ja gut, drei Punkte, die wichtig sind. Verletzte, die ausfallen, aber einige haben es gut gemacht. Einer zum Beispiel, viele haben oft drüber gesprochen, Terodde. Hat auch dann ein Tor gemacht. Ist das der richtige Mann jetzt auch für die Startelf, auch in Freiburg? Ja, also ich meine, Terodde, der hat ja eigentlich immer seine Tore gemacht. Und warum soll man Terodde jetzt nicht spielen lassen? Jetzt hat er wieder Selbstvertrauen. Das wäre ja jetzt blöde, wenn man hergehen würde, ihn auf die Bank zu setzen. Also, jetzt, wo er wieder ein Tor gemacht hat, wo wieder vielleicht das so gemacht worden ist. Also, ich glaube schon, dass Terodde spielen müsste, weil er einfach ein Jäger ist. Und wenn man dem ein paar Lagen vorlegt, dann macht er auch seine Tore. Also, ich habe immer von dem viel gehalten. Der andere hat dann eine Phase gehabt, wo er dann wieder nichts getroffen hat. Das ist aber so bei Mittelstürmern. Manchmal haben die eine Phase da, treffen die einfach nichts. Und da muss man trotzdem an die Jungs festhalten. Was haben wir noch gelernt an dem Wochenende? Du darfst dich auf andere nicht verlassen. Buche holt einen Punkt, Stuttgart holt einen Punkt. Wir waren auf dem Relegationsplatz am Freitagabend, dann wieder runtergerutscht auf 17. Was heißt das für das Restprogramm? Weil das sind ja wirklich... René, das ist ja das, was wir immer gesagt haben. Also, wir müssen, wenn die Jungs, die anderen Mannschaften mal zu Hause spielen und wir auswärts spielen, so ist es ja zur Zeit immer, dann müssten wir also mal irgendwo auswärts mal einen Sieg holen. Ja, dann rutschen wir wirklich auf diesen Drittletzten. Dann setzen wir uns auch fest. Aber die werden natürlich immer wieder eingeholt. Ja, wenn die natürlich auch auswärts was holen, so wie jetzt, ich sage mal, Bochum oder auch Hoffenheim. Hoffenheim in Bayern, also, da hätte ich alles drauf gewettet, dass die fünf Stück kriegen. Aber da kann man mal sehen, wie der Fußball ist. Auch so eine super Truppe wie Bayern hat Schwierigkeiten. Wenn es mal nicht läuft, dann läuft es nicht. Ja, und Hertha jetzt auch wieder mit neuen, alten Trainer. Also, da hätte ich schon, wenn ich ganz ehrlich bin, da hätte ich wahrscheinlich für mich selber gedacht, dass das schon eher passiert. Also, da war Schwarz für mich schon der erste Kandidat, wo ich gesagt habe, Hertha wartet da nicht mehr länger. Aber die haben für mich viel zu lange gewartet. Na gut, das soll nicht unser Problem sein. Hertha haben wir quasi auf Akta gelegt. Jetzt kommen wichtige Aufgaben. Vier Auswärtsspiele, zwei Heimspiele nur noch. Ja, ich habe ja gesagt, du musst irgendwo ein, und wenn du in Mainz, ich weiß jetzt nicht, wie, ich glaube, dass Freiburg sehr, sehr schwierig ist, ein Punkt zu holen. Weil das ist eine stabile Mannschaft, die steht und weiß, wie sie zu spielen haben. Und die spielen ihren Part einfach runter und deswegen gewinnen die auch und deswegen stehen die auch zurecht oben. Aber ich glaube, mit Mainz, da kann man schon mal ein bisschen eventuell hinstellen, dass man da mal gewinnen kann. Wir haben auch immer ganz gut in Mainz gespielt. Ja, Bremen ist auch noch dabei. Ja gut, Bremen ist ein Heimspiel, da musst du sowieso gewinnen. Da reden wir jetzt gar nicht drüber. Die Heimspiele, die musst du sowieso gewinnen, sonst hast du eh keine Chance mehr. Okay, das heißt, wir holen drei Punkte gegen Bremen und das nächste Heimspiel ist Frankfurt auch. Ja, die musst du alle holen. Und es ist ja nicht so, als wenn das nicht möglich ist. Also auch Frankfurt. Ich glaube schon, wenn man da richtig zur Sache geht. Und das, was die Jungs ja gemacht haben bei dem Spiel jetzt hier gegen Hertha, was wir immer besprochen haben. Jungs, mit Kämpfen kommt man weiter. Ja, das hat man gesehen. Hertha wollte auch, aber wir haben 10 Prozent mehr gegeben. Und diese 10 Prozent mehr hat schon gereicht, um da einen hohen Sieg zu holen gegen Hertha. Tragen wir deinen Optimismus weiter und hoffen, dass es alles ein positives Ende nehmen wird. Das ist schön, René. Danke, Glück auf. Alles klar, Glück auf. Glück auf.